Sie sind nicht Ihr Name. Sie sind nicht Ihre Arbeit. Sie sind nicht Ihre Kleidung oder das Viertel, in dem Sie leben. Sie sind nicht Ihre Ängste oder Ihre Fehlschläge oder Ihre Vergangenheit. Sie sind Hoffnung. Sie sind Vorstellungskraft. Sie sind die Macht zu verändern, zu kreieren. Und zu wachsen. Sie sind ein geistiges Wesen, das nicht sterben wird. Ganz gleich, wie sehr Sie am Boden liegen. Sie werden wieder aufstehen. Scientology. Verstehen Sie sich selbst. Verstehen Sie das Leben. Verstehen Sie das Leben. Verstehen Sie das Leben. Verstehen Sie das Leben.